Guten Morgen aus Auckland und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal seht ihr mich auf dem Weg zum Black Friday Sale, der hier stattfindet, in einem Elektronikladen. Warum findet der eigentlich am Samstag statt, fragt ihr euch? Hat einfach mit der Corona-Lage hier zu tun. Gestern ist ein Community Case bekannt geworden, das heißt ein Infektionsfall in der Gemeinde selber. Also nicht von außerhalb eingetragen, wo die Leute sowieso erstmal in Quarantäne für 14 Tage müssen und dann regelmäßig getestet werden. Und da wurden dann meistens immer positive Fälle getestet, sondern einer in der Gemeinde selber ist aufgetreten. Und das hat dazu geführt, dass man unsicher war, ob nicht eventuell eine neue Warnstufe angehoben wird oder ausgerufen wird, die dazu geführt hätte, dass die Geschäfte schließen müssten und das wäre natürlich für den Black Friday Sale etwas schlecht gewesen. Aus dem Grunde wurde der verschoben jetzt auf Samstag, nachdem klar geworden ist, die Warnstufe wird nicht angehoben. Und ich bin gerade auf dem Weg und da habe ich mir gedacht, nehme ich mal was auf. By the way, das ist auch der Grund, weshalb ich diese Maske hier habe, weil man kommt nur mit Maske dort rein. Aber es ist gerade sehr früh, weil das Ganze beginnt um 9 Uhr morgens und wir haben einen Samstag. Da könnt ihr euch vorstellen, die meisten Leute sind auch am Schlafen. Nun ja, da haben wir gedacht, können wir darüber reden, was es denn hier in Neuseeland in Sachen Black Friday Sale so gibt und warum man da hingehen muss und nicht einfach klicken kann. Nun, es gibt eine kleine Besonderheit. Hier gibt es kein Amazon oder Ebay in dem Sinne. Das heißt, es gibt kein Amazon oder Ebay. Das heißt, es gibt kleine Elektronik-Lädchen. Der, zu dem ich jetzt auf dem Weg bin, nennt sich PD Tech. Das ist aber nicht vergleichbar wie ein Mediamarkt oder Saturn, sondern das ist schon ein bisschen was spezieller. Eher auf Computer spezialisiert. Das heißt, man findet dort auch Smartphones, Tablets, Mikrofone, Wireless-Headsets, Bluetooth-Dinger, Kabel, jede Menge, aber auch Mainboards, CPUs, Grafikkarten, Arbeitsspeicher, Festplatten, SSDs, sowas alles. Also so ein Kram findet man dort auch und die sind sehr spezialisiert und ja, auf so Computerkram und man findet dort eine ganze Reihe Sachen, die man sonst so, ja, wo man Amazon vielleicht so anschauen würde. Aber Amazon hat natürlich viel, viel mehr. Die haben ja nicht nur Elektronik-Zeug, die haben auch Bücher und so weiter und so fort. Sowas gibt es hier nicht, sondern da gibt es auch spezielle Läden, wo man hingehen kann. Apropos eBay, dort gibt es eine Alternative, die nennt sich Trade.me und die hat im Grunde genommen wie eBay fast alles, was man so suchen möchte. Aber im Elektronik-Bereich sind sie etwas schwach, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil da habe ich auch schon mal gesucht. Und wenn man so nach Single-Bord-Computern sucht, also kleinen Raspberry Pis oder sowas, dann wird man dort leider nicht so richtig fündig oder gerade wenn man was Spezielles braucht. Deshalb muss man Sachen importieren, meistens aus asiatischen Ländern, Japan und China. Das dauert natürlich ein bisschen und je nachdem, wie viel ihr importieren möchtet, kostet das natürlich auch ein bisschen was Zaster, also extra Gebühren, Zollgebühren. So, ihr seht, ich habe die Hand gewechselt. Das liegt daran, es geht hier steil bergauf und ich habe die ganze Zeit mit einer Hand das Ganze gehalten. Also ein bisschen was problematisch. Nun ja, ich hoffe, dass ich so ein bisschen was auch drehen kann bei PB-TEX selber, damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie groß der Laden jetzt ist in der City. Der ist nicht vergleichbar mit dem Mediamarkt oder Saturn. Definitiv nicht, sondern der ist deutlich kleiner. Und trotzdem geht er über zwei Etagen. Wahrscheinlich wird nur die erste Etage offen sein. Letztes Jahr war es beim Black Friday Sale so, dass es sehr, sehr voll war, dass es eine sehr, sehr lange Schlange gab. Und das versucht man heute bzw. diesmal zu verhindern, indem man den Black Friday Sale allgemein auf drei Tage ausgedehnt hat. Nun ist es einen Tag weggefallen und das ist ein bisschen schade. Aber das kann man auch sagen, online kann man bei denen auch bestellen. Das nennt sich dann Cyber Monday, so wie bei Amazon in Deutschland. Das ist aber dann genau jetzt der Montag, der kommende Montag, also direkt nach dem Black Friday Sale. Könnt ihr euch natürlich vorstellen, da wird es nur noch die Hälfte von den Produkten geben, die sie eben zur Verfügung haben, weil eben vorher alles ausverkauft wurde. Und die Firma selber gibt es hier in Neuseeland in fast jeder großen Stadt. Das heißt, in Auckland gibt es, glaube ich, sogar zwei. Einmal im City Center, wo ich jetzt hier bin und natürlich ein bisschen was außerhalb in den Ortschaften. Da gibt es dann noch größere Lager auch und vielleicht auch größere PVTech-Geschäfte. Es soll keine Werbung sein, aber es gibt noch andere Geschäfte beispielsweise. Die sind eher dann so Saturn-Mediamarkt-mäßig unterwegs. Also da findet man dann auch TV-Geräte, HiFi-Anlagen und mehr so Consumer-Grade-Sachen. Und es gibt natürlich dann für Digitalkameras extra Geschäfte, Photo-Warehouse, so heißt das hier. Und ja, für TV und so weiter, da gibt es halt JB HiFi. Und es gibt noch Noel Leaming, das mich so ein bisschen an Mediamarkt-Resetoren stark erinnert, weil die Leute da auch etwas weniger kompetent sind, sagen wir mal so. Also weniger kompetent, weniger spezialisiert ist, sagen wir mal so. Die sind eher auf den normalen Consumer-Markt ausgerichtet, wo PVTech eher was für Geeks ist. Also da kaufen Geeks ein, die ihre eigenen Tower und PCs zusammenbauen wollen und mit Leuchtreklame und mit Leuchtmitteln ausstatten wollen. Das heißt LEDs oder sowas am Lüfter und so weiter und so fort. Also das ist eher für die Leute gedacht. Ich hoffe, ich werde bei PVTech auch noch filmen können, so ein paar Szenen aufnehmen können, damit ihr ein bisschen den Eindruck davon bekommt. Vielleicht werde ich dann noch bei JB HiFi vorbeilaufen und bei Noel Leaming. Die sitzen alle auf der gleichen Straße, Queen Street. Das ist die Haupteinkaufsmeile hier in Auckland City. Und ja, hoffe, dass ich da ein bisschen was an Material auffangen kann mit. Und ich hoffe, dass ich dann was ergattern kann und zwar ein Wireless-Mikrofon. Aktuell habe ich ja ein kabelgebundenes Mikrofon. Das klappt wunderbar, aber ist ein bisschen lästig. Und ich habe ja auch gemerkt bei den letzten Videos, die ich gemacht habe, dass da nicht immer irgendwie der Ton so gut war. Und ich werde wahrscheinlich heute zwei Videos veröffentlichen, dieses Video. Und auch noch ein Video von einem Fitnessstudio. Und da werdet ihr gemerkt haben, ich musste das nochmal neu einsprechen, weil der Ton einfach zu schlecht war, den das Handy normal aufgezeichnet hatte. Und im Fitnessstudio habe ich natürlich ein Mikrofon nicht dabei. Deshalb ein Wireless-Mikrofon, das man einfach mal in die Hosentaschen reinstecken kann und dann immer dabei haben kann. Einfach einfach nur mit dem Smartphone reinstecken und dann läuft das Ganze schon. Ich hoffe, ich kann eins ergattern. Road Wireless Go heißt es, glaube ich. Und ja, werde dann vielleicht auch davon berichten in Zukunft. Wisst ihr, ich habe einen zweiten Tech-Kanal. Da werdet ihr solche Sachen dann auch sehen, vermehrt. Und ja, ich bin gleich auf der Queen Street und hoffe, dass ich dann noch was filmen kann. Und hier ist der Eingang von PBTEC und ihr seht, da hat sich schon eine kleine Schlange gebildet, obwohl das Ganze gar nicht geöffnet ist. Und da geht es rein und da kann man dann auch sehen, dass das Ganze da in einem Gebäude innen drin ist und da eigentlich der Eingang ist. Aber hier schon gewartet wird in der Schlange darauf, dass das Ganze geöffnet wird in 15 Minuten. Und ich stelle mich mal hinten an und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze läuft. So, ich bin jetzt aus dem PBTEC raus und wie ich es schon vermutet habe, es war zu voll und zu hektisch. Es ging da so ab wie, also es durften nur eine begrenzte Anzahl von Leuten hinein. Und es war dann so, dass ich da keine Zeit hatte oder eine Möglichkeit hatte, noch was zu filmen. Hab das geholt, was ich nicht holen wollte bzw. es war natürlich das Mikrofon nicht mehr auf Lager. Das ist natürlich schade, aber kann man nichts machen. Dann hoffe ich mal vielleicht auf den Cyber Monday, dass ich das da dann bekomme. Ansonsten muss diese Kombo hier auch reicht. Ihr seht, ich habe jetzt das nicht drin, sondern ich halte das Mikrofon jetzt in der Hand und hoffe, dass man mich trotzdem versteht. Trotz dieser Maske auf, die ich jetzt glaube ich abnehmen kann. Es sind nicht so viele Leute unterwegs hier und dann hört man mich auch besser. Und ich zeige euch noch ein bisschen was von anderen Elektronikläden hier in Neuseeland, wie beispielsweise Noel Liming, die glaube ich noch nicht offen haben. Aber ja, von außen kann ich ja mal was für. Hier sieht man also Smartphones, Fernseher und da oben geht es dann noch weiter. Da werden noch weitere Sachen verkauft. So, das gefällt mir jetzt mit dem Mikrofon so ein bisschen. Da habe ich gedacht, dann blogge ich noch ein bisschen weiter. Bin jetzt auf dem Weg zu JB Hi-Fi. Die haben nämlich auch glaube ich zu noch, aber ich kann auch von außen mal zeigen, wie der Laden dann so aussieht. Neue Liming ist rot, also so quasi das Mediamarkt-Pendant. Und JB Hi-Fi ist gelb, also so quasi das Pendant von Medimax. Und ich glaube Medimax Pro, die anderen nochmal habe ich wieder gegessen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr in Deutschland. Nun ja, es ist noch ziemlich leer hier in Auckland, Neuseeland aktuell. Deshalb kann ich hier noch ohne Maske rum. Aber sonst empfiehlt es sich natürlich auch, da wo Menschenansammlungen ziemlich groß sind, dann noch mit Maske rum zu laufen. Und ja, ich hoffe, dass die Mikrofonqualität in Ordnung geht. Das Mikrofon hängt hier so rum und nimmt dann hoffentlich alles gut auf. Und man hört dann auch hier Leute laufen rum mit Musik im Hintergrund vielleicht. Und das ist ein bisschen was lauter als sonst so. Ja, so viel kann ich euch von JB Hi-Fi nicht zeigen. Denn wenn man mal guckt hier, das Tor, das Rolltor ist noch zu. Das ist natürlich ein bisschen schade. Und ja, da kann man natürlich dann nichts machen. Aber ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da, es gibt Tech Pro. Ein Handy-Reparaturladen anscheinend. Oder zumindest ein kleiner Tech-Laden. Der hat dann hier zumindest offen. Und da kann man mal sehen, wie klein diese Läden auch sein können. Hier seht ihr ein paar Sachen, die dann da verkauft werden für Smartphones vor allen Dingen. Und im Hintergrund seht ihr dann Spiegel noch. Und da gibt es noch andere Sachen, die man dann sehen kann. Smartphone-Cases vor allen Dingen werden dort verkauft en masse. So, was haltet ihr jetzt von diesen ganzen Tech-Läden, die es in Neuseeland gibt? Ich habe versucht, ein paar vorzustellen. Bin ich in allen reingegangen. Einen habe ich filmen können. Und natürlich war ich schon mal in allen drin. Und kann euch so Grundsätzliches sagen. Wie ist es denn mit Ebay und Ebay-Alternativen? Trade-Me habe ich angesprochen so ein bisschen. Da kann man eine ganze Reihe, also ein Auktionshaus. Da kann man eine ganze Reihe Sachen versteigern. Sogar Häuser und Autos kaufen. Also das gibt es dort auch. Aber im Elektronikbereich sind sie ein bisschen was schwach. Ja, wie stellt ihr euch das vor? Könntet ihr ohne Amazon und Ebay überleben? Das würde mich mal interessieren. Gerade auch zur Weihnachtszeit, wo man ja auch schnell Pakete bestellen möchte. Und hier dauert ja die Auslieferung sowieso ein bisschen was länger. Das heißt, das ist nicht ein Tag oder zwei Tage. Das kann manchmal eine Woche dauern, bis dann so ein Paket ankommt, wenn man es bestellt hat. Und es ist auch nicht immer alles auf Lager, was auch ein Problem ist, wo dann Sachen eingeflogen werden müssen, importiert werden müssen. Dann auch teilweise was teuer werden. Deshalb sind natürlich solche Black-Friday-Sales gefundenes Fressen für Leute, die einfach mal ein bisschen was Geld sparen wollen. Und teilweise kriegt man natürlich, je nachdem wie der Eurokost so steht, auch Sachen günstiger. Und ich habe hier zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk für meine bessere Hälfte ergattert, das deutlich günstiger ist als in Deutschland. Ich sage aber noch nicht, was es ist, weil es ist ein Weihnachtsgeschenk und das möchte ich natürlich nicht verraten. So, das war es jetzt für diesen Blog zu Technikmärkten hier in Neuseeland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kommentare habt, Fragen habt, könnt ihr ihn natürlich im Kommentarbereich stellen. Ansonsten war es das jetzt und bis zum nächsten Mal. Ciao!